E-Learning an der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik. In diesem Video erfahren Sie, wie Sie einen vergangenen Kurs in einen bestehenden oder neu zu haltenden importieren können. Import bedeutet bei Moodle so viel wie, ich nehme alle Inhalte eines Kurses und kopiere sie bzw. importiere sie in einen neuen Kurs. Ich kann in diesem Prozess jedoch auch gewisse Abschnitte bzw. Aktivitäten vom Import ausschließen. Als allererstes wählen Sie den Kurs aus, in den importiert werden soll, das heißt Ihren zukünftigen Kurs. Das können Sie entweder direkt über das Dashboard oder über Meine Kurse auswählen. Haben Sie den passenden Kurs ausgewählt, klicken Sie in der grünen Leiste auf Mehr. und auf Kurs wiederverwenden. Dadurch ist es Ihnen möglich, einen alten Kurs in den neuen Kurs zu importieren. Nach dem Klick öffnet sich direkt der Import. Hier in der Liste sind alle Ihre Kurse. Ganz unten können Sie nach dem passenden Kurs suchen. Über den grauen Button daneben sehen Sie dann den passenden Kurs und wählen diesen aus. Mit Weiter geht es zum nächsten Schritt. Hier legen Sie nun die Einstellungen für den Import fest. Sie können beispielsweise den Kalender einbeziehen. Selbstverständlich können die Einstellungen auch genauso bleiben. Mit Weiter geht es zum Schema. Hier beim Schema sehen Sie den gesamten Kurs und können auch Teile des Kurses abwählen. Entweder einen ganzen Block oder nur eine einzelne Aktivität. Alle Angehakten werden importiert, die anderen eben nicht. Mit Weiter bekommen Sie eine kleine Zusammenfassung. Einerseits die Einstellungen und natürlich auch alle einbezogenen Elemente. Diese Liste kann je nach Kurslänge auch deutlich länger sein. Mit Hilfe von Import durchführen wird der Kurs nun importiert. Das kann auch ein wenig länger dauern. Ist der Import abgeschlossen, können Sie hier auf Weiter klicken und gelangen dann zum Kurs. Sollten Sie ein anderes Kursformat vorfinden, beispielsweise ist der Kurs statt im Kachelformat im Themenformat, dann können Sie das in den Einstellungen umstellen. Dazu gibt es ein eigenes Video. Viel Erfolg beim Importieren Ihrer Kurse.